Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 5 hier bei den Neon Ring Monkeys. Wir sind wieder online unterwegs und zwar heute spielen wir was anderes und zwar nicht Eroberung, sondern Vorrücken. Und ich letztes Mal hier Eroberung spielen, alleine hatte ich gar keinen Bock zu. Da habe ich... Ah, das ist ja super. Das passt ja. Egal, da kann ich in Ruhe ja meinen Mitspieler heute vorstellen, das ist der Seduction. Moin Moin. Wir wollen mal eigentlich hier online reingucken. Es sah eigentlich so aus, als wenn es noch ein bisschen geht, aber... Ja, hat sich erledigt. Hat sich das erste Mal erledigt. Haben wir gewonnen? Ne, wir haben verloren und das 0 zu 5. Sehr gut, okay. Jetzt sind wir da, jetzt wird es besser. Mhm. Mal gucken, was noch möglich ist hier. Ich spiele für immer den Sturm, Johnny. Jetzt gewinne mal das Ding. Habe ich schon auf Level 5, das Sturmgewehr 1,5. Hier unser Mit-im-Trupp-Mitreiser ist ein bisschen langsam beim Laden, ne? Kommt, guck mal, ist der Letzter rein. Nicht sehr schnell. Ja, solange er die Leute schnell genug weghüllt, dann am Ende kann ich damit leben. Richtig. Ja, wäre cool. Oh, noch einer. Sehr schön. Hallo, Sniper. Außer du. Das sollte euch zu denken geben. Ja, hast ja recht. Gut, wo sind wir denn hier eigentlich? Welche Maps habe ich gar nicht aufgepasst? Was sieht man da? Ist das der Hafen? Rotterdam? Keine Ahnung. Ja, könnte sein. Hier sieht ein bisschen niederländisch aus. Dann spielen wir wohl auf Rotterdam. So, verteidigen müssen wir. Das ist hier mit der Kirche wieder, ne? Ja, genau. Gibt ja richtig gemetzelt. Oh ja. Wo bist du denn? Ach da. Am Geschütz stand ich gerade. Boah. Einen mit einem Geschützgeräusch hier. Oh, ich habe Schüren. Stehe neben dir. Und gibt der Feuerschutz. Ich sehe gar nichts. Es ist Rauch. Wo müssen wir jetzt Rauch? Oh, ich habe den wegen gesniped. Äh. Alter, ich habe gesniped. Oh, warte, warte, warte. Ich bin hinter dir. Er ist oben im Gebäude, links oben. Kann ich nicht wiederbeleben. Ja, der hat mich, glaube ich, richtig getroffen. Ja, jetzt kommt einer von hinten mit einem Messer. Na, super. Wo ist denn hier B? Ne, A, ne? Oh, B haben sie schon. B haben sie schon, ja. Ich habe vergessen, meine Granaten mitzunehmen. Jetzt habe ich solche Wurfmesser. Wundervoll. Die sind nicht schlecht, aber die helfen dir nicht. Ne. Vor allem, du musst auch wirklich genau den Gegner treffen, ne? Ja. Äh, warte, bleib mal liegen. Ich laufe hier nicht weg, keine Sorge. Oh, ne, das schaffe ich nicht. Ja. Ja. Kommen sie auch aus allen Ecken. Ja, die kamen da. Von hinten rein. Ach, du bist ja auch tot. Kann ich aber nicht mehr spawnen. Ihr brennt ja alles auch. Au, 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 au. Wo kann man denn hier? Oh, hinter uns, hinter uns. Oh, da drüben auch. Wirklich aus allen Ecken gelaufen. Ja, ja. Über dir, links. Komm, du kommst! In den Gängen, der Lauf! Da stört ihr, was? Boah. Hier, bei mir, bei mir! Ja, alter. Du weißt nicht mehr, wo du bist. Nichts für Unmut. Ach, da hinten. Ich, da hinter dir, ja. Also mit Sniper auf der Map, kommst du in die Stand, dann. Nicht wirklich. Hier, den. Wird der MG. Alter. Kann ich auch. Man wird gespawnt und kriegt direkt Pool, ey. Äh, ja. Wir haben uns aber ganz schnell festgenagelt hier drin, ey. Ja, allerdings. Oh, 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 oh. Ach, verdammt. Oh, im Haus war noch einer. Ey. Kommt von vier Seiten, ne? Ja, die stürmen echt. Von jeder Seite drücken die, ey. Ich komm bei dir rein. Kann ich nicht. Doch, kann ich. Hier rechts in der Ecke sind auf jeden Fall welche. Ja. Tschüss. Versuch mal bei dir zu spawnen. Du kannst mich gerade nicht verkampfen. Ob wir sind da natürlich, ne? Oh. Ey, verdammt, verdammt. Verdammt, verdammt. Hilfst du dir das Kill? Sehr gut. Würde dich ja gerne versuchen, wiederzuholen. Oh, komm her. Oh, das ist der falsche, glaube ich, ne? Ne, ist der richtige. Okay. Teil 1, zwei. Oh, mein Gott. Hinter uns. Die sind hinter uns. Ja. Munition ist leer. Ach, verdammt. Ja, jetzt haben sie reingeschafft. Scheiße. Ich hab dich geholt. Dreh mich um. Ich war mal noch nach fünf Spiele an mir vorbei. Ja, ich hab zwar noch einmal schießen können, aber ein paar Mal. Aber Munition war dann leer. Ja, dann haben mich die anderen entdeckt. Ja, wenn so kommen dann alle auf einmal. Ja, ja. Oh, dann können wir nicht landen. Stimmt. Ach, nee. Scheiße, guck unten auf der Karte. Ja. Würde helfen. Hier lang. Oh, da wird gesnipet. Aus dem Haus gegenüber. Okay. Ich hab ne Granate für Sie. Oh. Ach, verdammt. Hat er mich noch. Warte. Bleib liegen. Ja. Ein Sniper oben in der Ecke. Oh, hier geht's aber auch ganz schön ab, hier in der Nähe. Ja, aber Straßeneinige. Ich hab gedacht, der eine hab ich drüben getroffen. Leider hat der Sniper mich ins Visier genommen. Wollte ich noch weg, aber... Wollte ich noch weg, aber... Oh, ich hab ein Doppelküge gemacht. Oh, was zum Raketenhelfer da drüben im Gebäude lag. Boah, hier gegenüber von uns sind richtig viele. Wo denn? Direkt gegenüber drin? Hier unten, hier unten. Genau hier geradeaus unten. Da, wo dieser blaue Pump ist. Okay. Nee, war nichts. Da hab ich gerade vier Leute drüben geholt. Alter. Oh. Hab ihn. Okay. Boah, Sniper. Wir verlieren Ziel Cesar. Ich laufe mal hin. Ja, ich folge dir. Wir verlieren Ziel Cesar. Oh, ich bin genau hinter dir. Die sind wieder wahrscheinlich in alle Ecken. Ja, ja, mindestens hinter mir hat einer geschossen. Vor mir hat einer geschossen. Ich danke dir. Bitteschön. Au. Eieiei. Weißt du wo? Nee. Ich glaube oben von diesem Podest da. Ich komme nicht zu dir hin. Oh, mich holt irgendwer anders. Ja, ja, Sanität. Alles gut, alles gut. Ja, irgendwo rechts oben muss ich sagen. Ja. Ich hab leider keine Granate mehr. Ich auch nicht. Ich hab nicht mehr mehr Dinge ins hier. Ich hab nur noch 31 Schuss, dann war's was. Warte, warte, warte. Ich kann hier Munition geben. Hier. Das ist gut. Au. Ach, verdammt. Hinter uns kamen eh welche. Den hab ich nicht kommen sehen mehr. Hab nur gehört, au. Und dann hab ich ihn gesehen. Wollte gerade mich auf Raketenwärfer wechseln. Und da drüben mal eine reinschießen. Aber das war auch nix. Wollen wir mal bei denen hier. Wir müssen nur eine Barrikade zerstören. Ich bin sofort bei dir. Oh. Wo bist du denn? Da. Oh, schau wenn ich. Wir verlieren viel mehr. Ich möchte nichts sagen, aber die überrennen uns ein bisschen. Ich sag dir auch nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Polizieren für dich, Sanna. Der ist still. Der ist still. Wir haben hier durch. Ja, komm mal. Aber nicht. Alle Einheiten, Ziel. Werter ist für uns verloren. Verloren. Oh, vielleicht können wir die von hinten überraschen. Ja, das ist die... Erlegen Sie jetzt einen Gegner? Ja. Das ist aber rechts. Oh, von mir ist links. Achso. Oh, der kommt ja nicht durch. Scheiße. Pol. Ja. Alter. Das sind zig Gegner von mir. Ja, wir haben sie gut überrascht. Aber die spawnten natürlich alle. Boah. In der Nähe. Ja. Keine Chance. Aber ich konnte drei wegholen, glaube ich. Zwei mehr geschnappt. Oder auch drei. Einen beim Wiederbeleben. Und zwei haben damit nicht gerechnet. Unser Team ist aber auch gut am Campen hier. Nee. Trifft aber auch nix. Nee. Was ist das? Ja, zwei, zwei. Das ist das Letzte. Uiuiui. Hä? Du, er steht in Feuer und holt mich aber trotzdem. Nicht damit. Ich wusste gar nicht, wo er mich jetzt getroffen hat. Ich wollte... Ich hab den einen, der dich geholt hat, hab ich erwischt mit dem Raketenwerfer. Mhm. Der anderen hat dann mich erwischt. Ich weiß gar nicht, wo er gewesen ist. Oh ja. Ich nehme B ein. Wer hinter dir? Von links vom Gegner? Ja. Der Team ist da. In der Tür. Oh! Oh, oh, oh! Fabien? Hinter dir, glaube ich. Oh ne, es ist unsere. Oh, sehr gut. Au, vor mir, vor mir. Sehr gut. B ist eingenommen. Ich hab ihn leicht getroffen. Bei C ist auf jeden Fall eine Menge los. Ich hab ihn leicht getroffen. Ja, das ist doch noch überlebt. Hä? Wo ist er denn? Boah, da sind auch noch zwei. Einer versteckt in der Ecke, der andere kommt aus der Ecke. Auf wen schießt er denn hier? Das weiß ich nicht. Ich komm mal bei dir rein. Unser anderer ist immer noch in der Ecke da hinten. Na ja, ich hab den schon mehrmals Munition gegeben. Sonst wäre er da, glaube ich, schon lange weg. Ja, die Spawn der... Weg vor uns. Au, 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 au. Alter, ich hab das echt überlebt. Alter, von rechts. Ich hab ihn gemessert. Von rechts kam einen, hab ich geholt. Von links, von vorne. Ich hab zwei gemessert. Völlig erschossen. Ja, das geht gut. 50% der Leute haben wir. Sehr gut. Er sitzt da immer noch in der Ecke, ich glaub's doch nicht. Ich muss auch... Ich bin hier unterbrechen. Ich schläg dir wieder Munition hier hin. Oh, was? Verdammt. Ich find, die sterben zu viel im Moment. Auch. Ja, wobei ich hab 20-12. Das geht ja eigentlich. Ja, 11-11. Ja. Du musst trainieren, trainieren. Äh, wir haben C wieder reingenommen. Ja, ich weiß. Was? Und, äh, wenn sie jetzt BA nehmen, dann war's das für uns. Also... Er ist fast down. 93 Ha... Hab ihn. Sehr gut. Warte mal, ich muss ihn behalten. Oh, wir haben's ja. Direkt noch zurück. Das sind aber auch viele, ey. Von wo denn jetzt? Ah, hinter uns. Boah, jetzt überlaufen wir uns aber komplett. Ja. Wir mussten da ja auch weg, ne? Ja. Ja. Ist ja verloren. Aber wenigstens haben wir noch 2-3 mitgenommen. Ja, unser Kollege chillt hier immer noch. Ich saß dir. Und wieder ein bisschen Munition. Ach, wo ist denn alles denn? Ach, da hinten. Ah, ne? Oh. Ist einer. Granat ist raus. Oh, hier ist er gleich an der Ecke. Naja. Ich hab ihn mit'n... Ich hab ihn getroffen. Der brennt. Ich hab ihn auch getroffen. Hinter uns noch einer. Alter. Gibt's doch nicht, ey. Nee. Der holst jetzt den Camper bestimmt. Wir verlieren gerade Zielberater. Ne, unser Camper kämpft noch. So, dann geh ich doch bei unserem Camper mal rein. Der Feind hat das letzte Ziel erreicht. Ehrlich. Oh Mann. Oh, hier ist ein Gegner. Hier ist ein Gegner. Nein! Hä? Wo ist er denn? Tot. Guck mal, wo ich liege. Ich kann dich noch nicht wiederbeleben. Wenn du im Stacheldraht liegst. I'm sorry. Alles gut. Hätt mich ja auch mal ein bisschen... Warten nach vorne legen können, ne? Aber wenn du es so Stacheldraht magst, dann bitte. Ah, von den Zul-Tutor sind's gut. Werd ich mal ausprobieren, mein Gelegenheit. Wo hier rechts sind welche? Äh. Komm mal zurück, komm mal zurück. Hier sind vier, fünf. Ja. Einen hab ich gekriegt von denen. Ich meine, den Sunny. Nein, den konnte ich auch mitnehmen. Hä? Achso, ja. Camper is down. Ich würd sagen, ja. Dann müssen sie den nochmal wegkriegen jetzt. Ich geh mal bei A rein. Ey. Du hast ja keine Sekunde gemacht, wo du sicher bist. Okay, nicht hier. Sind ganz viele unter der Brücke. Ja. Da gehören sie auch hin. Unter der Brücke. Achtung. Wir verlieren Ziel, Anton. Da hast du recht. Oh ja, da sehste. Einheiten. Wir haben Ziel, Anton verloren. 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 Bewegt euch, Soldaten. Gibt's doch nicht, dass sie jetzt A eingenommen haben. Haben wir verloren, oder? Ähm. Ja, wenn wir sie jetzt annehmen, haben wir verloren. Ja, ich lieg hier mitten. In der Fläche, Mann. Ich weiß nicht mehr, wo sie sind. Ich seh nur überall rot 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 rot. Einschläge einschläge einschläge. Ja. Jo, das war's. Das war's. Leider verloren. Haben wir uns mal schön überrannt hier. Allerdings. Da waren sie doch zu stark. Sind natürlich auch schon drüben, ich glaube vier oder fünf Fünfziger drin gewesen. Bei uns gar keiner. Das merkst du dann schon ein bisschen. Mhm. Oh, ich hab ne neue Waffe. Wie sieht das nicht so aus. Gut. Das war eine Runde Vorrunden. Durchbruch. Mal gucken. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann angreifen. Bis dahin. Ciao. Tschüss.